So, herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Video Let's Battle, keine Ahnung, als weiß ich das abstippeln werde, mit... Dlara... Es ist eine spontane Aufnahme, es ist wie spät. Gleich 11. Ja. Wir haben keine Hoffnung jetzt. Außer so Motorikdreh zocken. Genau. Ein ziemlich random Spiel. Ja... Was ist auch noch zu sagen? Es ist... Ein bisschen... Betrunken? Genau, betrunken, hat Slapstick und hat im Spiel verpackt einfach. Ziemlich cool. Okay, lass mal anfangen mit Two-Player-Gaming. Gut. Wir zeigen hier auch nur die Demo. Ja. Und wie man sieht, irgendwie ist am oberen Bildschirmrand etwas abgeschnitten. Keine Ahnung warum das so ist. Also, ja gut. Der Ziel ist jetzt einfach, ich bin der Blaue und der Weiße. Und wir müssen uns unten umschuppen. Und das ist eine richtig behinderte Steuerung. Wenn man in jedem Moment umfällt, die Leute total blau sind. Ja. Komm schon. Zuerst umgedacht, hat verloren. Ja, ansonsten können wir nichts mehr machen. Aber jetzt ist nur noch dämliche Scheiße. Jetzt müssen sie sich nämlich noch verbeugen. Ja genau. Nach dem Kampf. Das ist schwer, weil die total dämlich sind. Und? Oh nein! Was war das schnell? Ich weiß es. Oh, jetzt ist das Spiel so behindert. Oh Gott. Warte mal. Warte mal. Halbem Shake. Decimär. Komm ihr schafft es. Okay. Dreh dich um. Na? Na? Nein! 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 Futter zu zup .. Futter zu zup .. Oh ... Okay. Dreh dich um. Schaffst du? Dreh dich, dreh dich! Dreh dich, dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Ich auch! Das Team hat sich voll schlafen bei einer Warte. Jetzt bin ich, nur im Blau. So, komm. Wieso bin ich grade Spiel so unfähig? Ja, du wirst es ja nicht. Das ist ja nur dein Char. Ja, 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 ja. Ey, warum mach ich mich selber fertig? Egal. Mach an wieder. Einmal versuch ich es noch. Okay, einmal. Einmal darf er noch. Du bist echt ne Scheiße, oder? Okay. Los. Nochmal. Okay, mach einfach nochmal. Wir haben crazy irgendwie so lange gewartet. Ich geh davon aus, dass du sowieso wieder gewinnst, weil du irgendwie immer gewinnst. Oh nein! Und ich stand noch. Oh geil, Leon. Ui. Ich bin fest dran. Komm, komm, komm. Bleib stehen, Weißer. Und? 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 Komm, die müssen jetzt einmal... Das ist alles schräge! Boah! Die müssen... Manchmal packen die sich auch ab, wenn sie lachen. Das muss... Einmal... Müssen wir doch das verbeugen sehen. Komm, und? Jaaaa! Mein Gott, sind die Typen die. Okay, dann jetzt final round, würd ich mal sagen. Jetzt schon? Jaaaa! Okay, mach mal. 3 vor 5. Okay. Wenn du... Wenn jetzt schon mal gewinnst, dann wäre das egal. Oh! Ähhh! Kacken! Wär einfach geil! Das ist... Was ist... Alter! Ah! Schiss! Voll der Essen! Das ist eigentlich nur zufallsabhängig. Jaaa, aber ist so geil! Was läuft denn? Mein Arm irgendwie voll überdreht! Okay! Okay! Es läuft! Komm, 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 komm! Nein! Alter! So! Okay! Ich schaff das! Ich schaff das! Was ist denn vor dem Ass? Nein! Alter! Alter! Ah! Mann! Oh, ist das ein Scheiß! Ist immer nur meiner sounfähig wieder aufzustellen! Oh Mann! Ich hätte nicht so lange warten, aber ist echt geil! Juhu! Und auch ein Körper! Das war! Komm! Noch einmal! So! Geil! Ich schaff das! Einfach so weiter noch! Er hat nämlich nichts im... Zu... Das ist zu doll! Komm! Komm! Ah! Jaaa! Oh mein Gott! Okay! Du hast schon zwei Stück! Das klingt mir scheiße! Ja! Vielleicht gewinne ich jetzt erst mal! Zum ersten Mal! Ne 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 ne! Oh Gott! Wuhu! Nein! Ah! Ich ahne! Ich fick mir zu doll! Ich... Egal! Ne 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 ne! Ey! Okay! Wenn wir jetzt einmal schon... Ja! Ja! Aber das ist jetzt schon so kurz! Vielleicht machen wir leider noch was! Aber! Das ist doch, wenn ich da irgendein secret gezeigt habe! Nämlich wenn wir... Diesen Stein da! Ich weiß gar nicht, ob die Maus dann in der Aufnahme angezeigt wird! Ich weiß gar nicht! Wenn wir jetzt ja hier! I don't care! Okay! Verschleck! Und ich da einen hinfeuer! Verdammt! Ja klar! Ich zielen! Ja! Dann können wir den Typen frei abballern! Das ist geil. Und das machen wir eigentlich immer so lange, bis der Typ in die Schluft fällt. Weil es sieht episch aus. Oh ja, ein Arsch spankt hier. Er badet in seinem Leben. He he he. Er sagt es nicht. Er reißt einfach alles um. Oh Mann. Kumpel. Du bist echt zu blöd. Komm, du musst einfach nur... Hahahaha. Hahahaha. Du hast deine Arme so. Du bist echt zu... Du sollst einfach nur in die Schlucht fallen. Jetzt los. Endshot. Aber in der Hand ist sie so eingeklemmt. Wie sieht's aus? Woher die Dicken đi rum am Bauch? Was findet ihr ja geil? Woher die Eier? Was ist sein Hintern? Oder was sein Hintern? Oh, oh, oh! Balanciert auf seinem Arsch. Steppen wieder. Was auf der einen mal von der Verschub vor zugeschlafen hat, weil der ist dann so... ...über aufgestanden ist. Oh Mann! Ich hab es wieder. Hoffentlich schaffen wir das, wenn wir so aufstehen und auf einmal... So dicht. Nein, der ist weg! Jetzt hab ich mal. Kann mal cool die Kamera dabei drehen. Juhu! Jetzt hab ich mal. Okay. Was, die Leidtaste? Ja. Nee, Escape glaube ich. Los, baller den Block dahin. So geht das. Ah, okay. Das ist auf meinen Eiern. Sieht nämlich ein bisschen komisch aus, wie wir hier aufnehmen. Boah. Weil der Zimmer einfach kein Platz ist. So. Ist ja nur so. Ist ja auch scheiße. Warte mal, dafür brauchen wir die Maus ja nicht. Äh, tatsächlich vorher nicht. Oh ja. In die Heuer! In die Heuer! Mach einfach hier. Das ist hier. Ich habe es nicht beim Ausbraten. erst mal. Oh, ich bin. 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 Oh, ich bin. Ich bin. Wenn du das verletzt kannst. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, oh man. Sie wird mir abpackt, ey. Oh man, wie ich ihm hier leid. Er setzt sich hin. Besser wurden sie mit seinen Füßen angefasst. Was macht denn der da? Sexy Fossen. Haha, er hat ihm seine Hand zwar in die Stirn gelesen. Ja, ich weiß. Alter, ich verstehe doch für diese Blöcke. Okay, du stehst. Ach. Alter, wie steht er umfährt. Oh, so. Die Achsen schießen. Oh, ey. Los, baller doch mal rauf. Jetzt auf seinen Arsch. Der Typ, ey. Wie viele Blöcke hier schon rumliegen. Hui, hui. Oh, es ist... Okay. Okay, ich glaub ich will es von hier auch schaffen. Da 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 da. Da 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 da. Da daaaah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Halala 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 Alter Woa Ich hätte in den Tod gejumpft Tschüss Tschüss Okay Na Na Warte mal So schnell Oh no Die Arme ist auch mal lustig Nein Gegen die Arme Ja 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 Okay Oh wir machen gegen die Arme Oh Du hast das geklatscht halt gerade irgendwie Ja Vor den Ass Oh Oh Was ist das Oh Leon hat alles kaputt Oh 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 Aber die ganze Zeit rauf Oh Oh Ja Ja Er ist so fröhlich wie ein Sim Ja Ich muss mal sprechen Simisch oder Simianisch Genau Ohne das Muster eines Fliesenfußbosens Der Musikerat Entraste Stolp ich über die B deben Es flirscht dein Bein Er find's geil wie man ihn beschießt Er lob f grad wieder Oh ooooh ich weiß nicht, dass der eine sich runtergehoben hat das sah irgendwie gut aus ich bin wieder dran nochmal? du musst auch sagen vielleicht können wir da nochmal ein abschließendes kleines Bett machen nein doch wenn ich das so sage das Geräusch das Geräusch Flatsch oh 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 er hat erstaunlich lange übernimmt wovon selbst umfällt oh ja das ist mit bam Hedge schiffen er hat er schiffen hier 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 nein hier 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 Hahaha Oh my god Das ist halt Fußfall auf meinem Rücken Ich lass ihn nicht mehr aufstehen Ich lass ihn nicht mehr aufstehen Ich lass ihn nicht mehr aufstehen Wui 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 Tschüss Wuh 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 er war wieder cool Nein, er hatte schon wieder Nein, nein. Nein, nein, nein Oh, das war sehr schnell Du 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 Wirst du einmal wahrscheinlich Bläh, 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 bläh OOOOOOOH Oh, knapp Die Typen, ey Wieser Fische da noch hinfallen, ey Der Kampf wäre auch vorbei, wenn man außerhalb des Rings geht, aber es da entkommen sie nicht. Weil sie eh Feuer abpacken. Was mach ich denn da? Was ist das? So. Nein, ich wollte da. Voll. Nein! Da ist einfach alles rum, ey. Ja. Nein, ich hab die Schlucht zu stellen, meine Vision. Schafft das so? Ist ja geil. Der ist auf dem besten Wege dahin. Wow! Du packst dich beim Lachen ab. Riechen wir dir da. Auf beliebigen Fuß, Mann. Der fällt wirklich noch die Schlucht runter. Ich sag's mir. Oh, der auch hier. Oh, Mann, ey. Scheiße. Was macht der denn da? Oh, Mann, ey. Ich kann Jumps einfach nicht, ey. Weil irgendwie weit die vom eigentlichen Ringfeld weg sind. Ey, komm, du fällst jetzt runter. Das wär so geil. Nein, jetzt ist doch schon zu da dran. Der schafft das echt! Nein! Oh, jetzt hab ich irgendwas gedrückt. Egal. Oh, okay. So. Wieder in der Ruhe. Entschuldigung für die Unterbrechung. Aber Temp-Fanz. Aber Temp-Fanz. Oh Gott! Temp-Fanz. Oh Gott! 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 Temp-Fanz, lustig die Ausnahme zu... Ausnahme. ...Aufnahme zu unterbrechen. So. Ich kann das. Ok, wir gucken, ob du es hier geschafft hast. Man ey. Ok, dann leider sieht es ok aus, ok? Warte, du kannst es schaffen. Face jump. Oh mein, mach von dir von vorne. Ich glaube, den ist echt nicht mehr safe. Ich hab den Arm gespielt. Ok. Ok, du musst immer den gewinnen. Ok. Juhu. Wow. Juhu. Und du schläfst noch. So richtig, jetzt so... Entschuldigung. Jetzt so richtig... Entschuldigung. Wie aber immer umgefallen wird. Ok, dann kommen wir dir ins Gewinn. Ich trau mich genauso wenig wie du. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Body slam. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. als händler Prozent 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 ich habe keine Ahnung aber das macht okay so mit der Dokumentation beendet jetzt mal also durchlesen wenn ihr cool seid okay okay die Demo hier kann man sich auch komplett kostenlos irgendwo runterladen das könnte ich eventuell tun könnte könnte okay ja gut dann tschüss würde ich mal sagen ja könnt ihr auch derzeitig mein Curvys Funpack Let's Play gucken ne hohoho mit dem da mit dem da mit dem da nein okay wir haben vor zwei Tagen zu Ende aufgenommen oder? gestern gestern echt? ja ja gut wir haben gestern zu Ende aufgenommen also ist es fertig aber es ist noch nicht ganz hoch es sind drei Parts ja mal hochlegen ja okay okay na gut dann wir sagen tschüss jo tschüss